Hallo. Hallo. Papo und Jo, nimm mal irgendwie sowas. Hallo? Und so? Nimm mal irgendwie sowas. So kennst du dich mit unseren Videos aus. Scheint doch die Klacke. Ich hoffe, dass der Ton auch gut ist. Aria Technology. Powered by. Wie weiß? Will rise. Ich mache das mal. Ich zocke wieder. Ja. Ja. Oh. Ach ja, äh. Ein Kolibri. Also das da. Ach so, ich wollte gerade sagen. Ich muss da hoch. Da ist sowas. Wollte ich dich letztens noch umbringen? Ne, dann wurde er ja wieder lieb, weil ich ihn doch geheilt habe. Oh, ich dachte krass, das ist Schnee. Oh, genau. Gut, dann gucken wir mal hier. Ich glaube, ich muss hier runter, oder? Ich gehe mal runter. Also wieder irgendwas mit dem Vieh. Ja, ich muss bestimmt, ich muss einmal, wo war denn das? Da ganz hoch. Aber ich glaube, ich hätte auf seinen Bauch jetzt springen können, oder? Und was hättest du davon? Ja, hier oben ist so ein Raddings. Scheiße, komme ich jetzt hier wieder hoch? Ja, da ist eine Leiter auf jeden Fall. Aber ist hier eine Leiter? Ne. Kann irgendwo sein. Oh, ich bin auch dämlich. Kein Kontakt. Gehen wir zu den Gisten. Ein bisschen Baden geben. Genau. Das tun wir mal nicht so. Was, einige Häuser in diesen Gegenden haben ganz besondere Eigenschaften. Weil die können fliegen. Jedes neue Haus, das du aufstapelst, bringt dich noch höher hinaus. Das dabei, aber Monster nicht, zurück. Da ist wie meine Treppe. Zur Info. Also kommt es da auf jeden Fall. Ja, aber guck mal. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich damit mache. Aber sie. Oh! Das hat jetzt gemacht. Jetzt hat sich da ein Haus hingestellt. War das eben noch nicht? Ne. Wow! Aber ich glaube, ich muss alle irgendwie betätigen, damit die sich dann so hochstapeln. Schön, dass du es auch schon mitbekommen hast. Da fliegt es von deinem Freund. Und das Monster muss da hin, ja? Ja. Ja. Ich glaube, dann kann ich aber hier hoch springen. Ja. Geh mal drumherum hier, da jetzt rechts. Da irgendwas ist. Ne. Gut, denn... Wo ist denn das Monster? Andere Seite da. Da oben. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss es ja irgendwie anlaufen. Da brauchen wir eine Treppe. Hier hinter dem Haus. Ich packe erstmal ein paar hier rein, damit sie es auch schön hier... Das ist da. Ah. So, du kannst ja schon mal eine Videofrage überlegen. Vor allem seit wann machst du eigentlich Videofragen? Das ist doch cool. Wir müssen die Zuschauer ein bisschen mit einbringen. Du musst sie ja jetzt nicht stellen. Die kommt ja am Ende des Videos. Aber wir müssen ja mal ein bisschen mit den Zuschauern reden. Wie war denn die Berufsschule so? Dazu möchte ich nichts sagen. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Das Diktat hat mir gereicht. Ja. Diktate sind immer schön. Vor allem wenn man so viel wieder... Meinst du, ich komme so hoch? Ne, scheiße. Ja, wie soll ich denn das jetzt anlocken? Da sind oben noch welche. Lass die den Eugen hier mal unten. Kletter mal hoch. Und dann gucken wir mal, ob da oben irgendwo noch so ein... Johanniskraut rumwächst. Johanniskraut. Ich würde das mal auf den Rauf springen. Ich finde das ja irgendwas. Ich finde das niedlich. Meinst du, ich kann ja... Der hat dich angeguckt. Oh, der Ungeruch! Wie springe ich jetzt so? Ja, ich bin ein Genie. Hä? Der zweite Albert Einstein. Du wieder. Ah! Ach süß, guck mal. Jetzt wieder. Hamzi-bamzi. Muss du bloß noch wieder darüber kommen. Doch? Nö, davon brauchst du die auch nicht so irgendwie oder so. Natürlich, hast du auch gesehen. Sei leise. Aber über mich lachen, wenn ich bei einem Meter oder so umgegenrenne. Spunky. Schuss, 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 schuss. Ach, die Kerbe. Ja, komm, heute die Kokosnuss. Heute die Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich meine, den kann ich leider nicht. Den kann ich auch nicht. Den kann ich auch nicht. Uh! Der hat aber eilig. Toll. Mach die anderen mal ein bisschen mit dir hin. Oh! Uh! Booyah! Ich beeile mich aber manchmal, dass die auch wieder weg geht. Doch, ich glaube nicht. Das ist ja fantastisch! Und das ist gut. Wie komme ich jetzt da hoch? Und da hoch? Das muss ich jetzt mal selber erhaben. Gut! Der freut sich eigentlich immer seine Kokosnüsse. Süßer. Ja, weil die ja wieder nachgewachsen sind. Ich muss da irgendwie hoch, weil da ist ja auch noch. Oh, der ist so niedlich. Vor allem, die wachsen die ganze Zeit nach, weil man die wegnehmt. Und der rennt jetzt die ganze Zeit immer hin und her. Ja, das war seine Zunge, oder? Ja. Aber du musst bestimmt hier hoch. Da auf der anderen Seite, da die Leiter hoch. Und dann noch, das ist glaube ich schon noch eine Leiter. Oh, wir drehen mal den linken. Oh, mein Rücken. Ich werde alt. Ach so, schau mal, wie das hier anfängt von Monster her. Hat das mal so keinen Namen? Ich bin ja den Willi. Ach nee, den Willi gibt es. Willfried. Willfried ist im Monster her. Der Willi gibt es. Na, bei uns in den Bruchschuhen. Ach so, ja. Wie ist das, was ich in den Nummer macht? Ich meine, es geht eigentlich bloß generell in Willi. So. Gut, das war der falsche Weg. Gibt es schon. Ja. Hey, ich habe keinen Glauben, wie ich da jetzt hochkommen soll. Oh, ne Witz. Liegt doch. Mit dem Leiter auf dem Rücken. Vielleicht kannst du da hochfliegen, weißt du? Der ist so süß da unten, mein Ernst. Na, guck mal, wie soll ich denn da hinkommen? Du kannst doch erstmal hier drauf. Oh, ne, ich auch welche. Das ist auch ein Haus. Ich komme ja aber nicht hoch. Ja, dann musst du es von der anderen Seite versuchen. Geh mal runter. Und dann nach rechts. Rechts schwenk mach. Hier ist aber nichts. Nein, noch weiter runter. Runter, runter, runter. So runter, wie es geht. Und dann nach rechts. Wenn da nichts ist, dann musst du selber übernehmen. Ja, hier ist aber nichts. Gucken Sie. Dann musst du wahrscheinlich da die Leiter hoch und dann... Oh, hinten war noch ein Haus übrigens. Ja, ich weiß, da komme ich ja aber auch nicht hoch. Vielleicht musst du ihm die Dinger mitnehmen. Obwohl, die wachsen ja eh wieder nach. Da rennst du da hoch. Hast du da? Da? Ne, das ist auch viel zu hoch. Na dann hat Spaß gemacht. Hä, ich verstehe es irgendwie nicht. Ich brauche es nicht zu fragen. Ich habe von dir im Spiel keine Ahnung. Ich verstehe das sowieso nicht. Vielleicht hier drauf rumlaufen. Versuch mal. Dann da drüber. Halt da mit dem Klappen und mach es einfach. Dann kannst du auch fliegen mit Lola. Ich komme aber nicht hoch. Dann flieg. Das bringt nichts, wenn ich fliege. Das bringt nur, dass ich weit komme. Aber nicht, dass ich hochkomme. Wenn du so nah dran stehst, dann kannst du auch nicht hochspringen. Schön, wenn du alles machst, weil ich die Zahne. Da! Siehst du? Du bist ja auch gegen die Wand gesprungen. Oh, bist du bescheuert. Ich finde den voll süß. Alter, kannst du jetzt mal auch von mir helfen? Ja. Weil dir die erst mal anlutscht. Hä, jetzt ohne Scheiß. Guckst du die mit mich zwischen den Beinen? Nein. Doch, hast du aber. Wenn ich die jetzt wegnehme. Dann. Einfach mal wisch. Das kann. Und dann? Ach, süß. Ja gut, das hat mir jetzt viel gemacht. Vielleicht muss ich die auch schon betätigen. Ich mache es einfach mal. Vielleicht drehen die sich dann schon so, dass du irgendwo anders hinkommst. Ja. Nee. Was bringt mir das? Das bringt mir irgendwie gar nichts. Kannst du mich auf den Hausdruck holen? Vor allem, wie soll ich denn da dann hochkommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich muss ja da irgendwie hochkommen. Da, guck dir das mal an. Ich war ja da, wo diese braunen Häuser stehen, ja. Aber ich könnte hier irgendwie, aber ich komme ja da auch nicht hoch. Hier ist auf jeden Fall ein Leiter. Das heißt, du kommst auf irgendeine Art und Weise da hoch. Aber ich komme ja hier nicht rum. Weißt du, hier ist ja nichts. Wo ich dann dahinter komme? Nur zu sagen. Weißt du, was passiert, wenn du auf die Leiter hier gehst? Na gar nichts. Da bin ich da drauf und komme auch nicht weiter. Und da kannst du nicht drauf laufen? Das bringt mir ja nichts. Das ist trotzdem Ende. Oh Mann, ich dachte, das ist nicht so mit überlegen. Also schon mit überlegen, aber nicht so mit so viel überlegen. Ich habe schon mal versucht, hier hochzukommen. Ja, aber. Weil da könnte ich dann da hoch. Ja. Hä? Aber jetzt mal ohne Scheiß. Hört bestimmt was mit dem Monster zu tun. Ja, aber ich meine, das ist jetzt unten und wird immer wieder da hinrennen wegen den Kokosnüssen. Aber die wachsen ja immer wieder nach. Also kann ich dagegen auch nichts unternehmen. Dann weiß ich das auch nicht. Warte mal, steht hier irgendwas? Nein. Hä? Oh Mann. Oh. Ich verstehe es noch. Ähm, ja. Wo der Auto war viel am Reisen. So. Vielleicht soll man das jetzt noch. Ich weiß nicht, dann ist es noch weiter da. Oder? So. Dann kannst du auf die anderen Häuser drauf springen, vielleicht. Ja. Und vor allem, der prässt da seine komischen Dinger. Was man gucken, was mir so gut ist. Jeha. Hallo. Ha. Ich bin ja nicht schlau. Und es fliegt. 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 Wie ein Raus, das fliegen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder da hin. Dann machen wir es aber mal. Und bloß da hinten hin. Dann kommen wir eins weiter. Ich würde auch gerne fliegen können, so wie Peter Pan. Ich hoffe. Auch wenn wir nicht mal wieder zusammen Peter Pan gucken. Na ja, ich finde ihn so hübsch. Oh ja. Als Junge. Ich bin jetzt nicht so mein Typ. Aber damals. Boah, der sah da so scharf aus. Alter. Der ist am liebsten gleich vernascht, oder? Ja. So einfach geht's. Gut. Ja, dann müsste ich nochmal drauf kommen, ne? Mhm. Kann ich denn das für... Für weiße Ding aus. Sieht schön immer da. Ich glaube, der kann nicht da dann hoch. Alter, wie sieht denn das da aus? Wow. Aber es glitzert schön. Gut, das war jetzt ein bisschen Stockeli. Das sieht ja irgendwie cool aus, oder? Ja. Das ist Schnee und Regen und... Ich mag kein Regen. Ich geh mal hier. Wenn sie noch Häusernite befummeln muss, die ist aber... Ja, hier oben ist ja auch eins. Ach so. Hab ich schon mal gesehen. Das ist ja cool gemacht. Oh, das glitzert so schön. Ja. Aber ich find's nicht schön, dass es regnet. Nee. So, dann offenbar noch... Ja, hier kann ich ja auch noch... Ja. Und so kannst du dann nachher bestimmt auch dieses andere Ding da hoch. Ja. Was ist das? Ein Regenbogen. Hallo. Jemand schickt zurück. Ja. Boah. Wo ist denn der Turm? Hier. Ach da. Boah. Ja, wie würde ich... Oh, ist es da hinten kann man... Bestimmt auch noch hoch. Da ist es, muss ich ja auch noch hin. Ja, aber du musst erst hier, dann kommst du da bestimmt irgendwie hoch und dann... Oder obwohl, da musst du auch noch hoch. Nee, hier komm ich nicht weiter. Nee, dann musst du wieder zurück, endlich mal. Kann ich auch einfach runterspringen oder tue ich mir weh? Äh. Ich glaube, ich gehe vernünftig, oder? Nee, gut. Find ich geil. Nichts passiert hier. Jetzt kann ich doch aber auch... Auf die anderen Seite. Was ist denn hier? Da ist doch eine Treppe. Die haben wir mal Treppe runter. Genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Du musst aber cool die Treppe runter. Kann ich damit auch spielen? Nein. Doch, ich glaube... Du kannst den Glauben wegschmeißen. Ja, warte hier, mit rechts. Yeah. Tor. Wir müssen mal ein bisschen was erzählen. Wir sind immer so leise. Ich finde immer beim ersten... Video... Oh, hallo. Sind wir irgendwie ein bisschen leise? Kann das sein? Oh, ich bin wahrscheinlich daran, dass es schon so spät ist. Vor allem spät ist es nicht mal um 7. Ich bin müde. Arschloch. Was? Hä? Hä? Nee, ich weiß nicht. Ich würde sagen, du gehst jetzt einfach wieder zurück auf den Turm. Dann kannst du mit Hilfe des Turms bestimmt... Vor allem der frisst da und frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Und wo lang? Keine Ahnung. Mach einfach mal und dann guck mal, ob du da hinten hinkommst. Nee, das andere da hinten. Wow! Jetzt gehen wir nach da. Ja, rechts, rechts, rechts. Und jetzt bleibst du da irgendwo stehen. Genau, da kann ich da nämlich... Falls es irgendwas bringt, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Nee, ich glaube, du brauchst bestimmt noch ein Haus, ne? Und guck mal, kommst du da? Nee, kommst du auch nicht. Scheiße. Doch, ich kann hier. Du kannst auch... Da machen wir auch eben drauf, oder? Machen wir irgendwie Spankinas, Alter. Spankinas. Ich finde, das ist irgendwie cool gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, warum das hier so anders aussieht, aber... Ich finde es cool. Ja. Es hat einfach mal so noch halt so Traumwelt und so. Ich wollte dich einfach mal... Hinterlässt du das mal bitte? Ich weiß noch, wir hatten das gesagt. Marvin hat das gesagt. Ja, das Video fängt an und du guckst schon so, wie der Honigkuchen fährt. Du bist einfach... Na, mach mal ein bisschen höher, ein bisschen nach da. Geht's höher, noch ein bisschen... Was machst du denn da? Ja, ich versuch's doch. Nach uns so ein bisschen eher. So nach... Geht nicht weiter. Ich nicht. Nein. Und wenn du es zu uns siehst? Geht nicht. Dann geht's wieder hoch. Du bist so ein Spankier, Alter. Das reicht doch so. Guck mal. Ja. Du! Ach, sei doch ruhig. Kannst du mal meinen Kopf kraulen? Puh! Hallo, was mache ich immer bei dir? In deinem Unterricht ist das eine andere Sache. Ich würde gar nicht wissen, was die von uns denken. Ich hab nicht gesagt, was? Aber wie komme ich denn jetzt da zur Seite? Du springst einfach so. So. Boah, ich bin so ein Genie. Kein Kommentar. Ich wollte gerade sagen. Hallo? Ich hatte nur drei Fehler. Oder dreieinhalb Fehler, ja? Ich auch. Ja. Siehst du? Die anderen 20? Die sind so hoch. Oh, die sind so hoch. Ich meine, du warst schon so falsch. Ey, du musst da unten auch hin. Aber das können wir danach machen. Das ist ein bisschen ehemaliger da unten. Ich glaube, unser war fertig, oder? Also hier kann ich noch hier mal runtergehen. Vielleicht ist ja hier unten noch irgendwas, weißt du? Hast du mal Bedarf damit? Bonnie war bei dem Friseur. Bei dem, ne? Beim Friseur. Man sieht, äh, nichts. Nur Körzer. Ja, das sieht man eigentlich eh. Na doch, den Pony, finde ich, sieht man ein bisschen halt. Ein bisschen. Besser als gar nichts. So, ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Wie sollen wir... Boah, scheiße. Guck mal, ich kann gar nicht so hoch gucken. Geht nicht, ja. Frage, wie sollen wir jetzt Monster mitnehmen? Das muss hier die Treppen hoch. Du musst eine Kokosnuss so nehmen. Und dann den da hoch locken. Und wo müssen wir jetzt mit dem Torm hin? Da hinten hin, ne? Wo willst du hin? Ach, da, ja. Wir müssen da hin. Ja. Scheiße, ey, weißt du, wie schwer das ist? So, oder? Ich teste mal, ob ich da langkomme. Ich muss es ja irgendwie anlocken mit der Kokosnuss. Klingt aus, wenn noch ein Haus fehlt. Scheiße. Dann guck dich mal in Ruhe um mein kleines Mäuschen. Vielleicht da oben irgendwo? War da noch irgendwas? Weil hier ist noch so ein Eugen, siehst du das? Als wenn du da noch drauf kannst irgendwie oder auch nicht. Was weiß ich. Aber, pff, kein Plan. Ja, aber wie soll ich denn von hier? Ich komme da nicht hoch. Dann lassen wir es einfach und das Monster fällt in die Tiefe. Ich glaube, wenn du das hier... Ja, aber ich komme da auch nicht hoch. Vor allem muss er noch in Ruhe sein. Ja, die sind ja alle braun. Hm. Scheiße. Wo ist denn hier noch eins? Ich würde da noch mal hochgehen. Vielleicht müssen wir da hinten hin. Und wie noch von geht es darum berühren, oder? Und dann beißt es nämlich auch nicht. Oder versuch es einfach mit dem Monster. Gut, hier ein paar Melonen und dann... Zack, zack. Auf geht's. Vielleicht schläft es dann hier ein und ich muss wieder rüberspringen. Und das dann betätigen, dass da vielleicht sowas rauskommt. Okay, mach mal. Das könnte sein. Nimm dir auf jeden Fall mehrere Melonen mit Rokusnüsse. Was mit dir hoch? Ja, vorsichtshalber. Eins zum Anlocken, dann nimmt das vielleicht schneller oder so. Und dann eins zum noch mehr Anlocken. So wie so ein Lockstoff, weißt du? So wie dein Achselschweiß. Du bist so dummer, ey. Ich glaube nicht, dass du sogar mit dir redest. Ich kann dich ja hier hochpacken. Ne? Du musst springen, glaube ich. Ich kann damit nicht springen. Du bist eindeutig ein Spanky. Oh, lass mich doch mal spankig sein, ey. Du stinkst. Ja, schön, die Kohle hat runter. Was ist das? Nein. Scheiße. Ja, gut. Oh, weißt du was? Ich springe jetzt einfach runter. Ich hab mich hier so erschraubt. Vor allem der ist doch schneller als ich. Ist er nicht. Sieht doch so aus. Ja, aber jetzt komme ich doch hier nicht. Nein, was hat denn der vom Plan? Warte, der kommt hier nicht hinterher. Der ist unten. Man muss wahrscheinlich auf der Treppe warten, oder kann ich keine Treppen hochgehen? Nein, der kann auch keine Treppen hochgehen. Sonst hätten wir bei dem anderen Ding, wo er böse war, doch auch... Wie müssen wir den dann hochkriegen? Ja, gut. Dann müssen wir, glaube ich, das Ding da irgendwie betätigen. Ich flieg da jetzt nicht. Ich flieg einfach mal. Ah, ja, und wie kriegen wir das jetzt hoch? Der muss da schlafen. Der muss auf das Ding da schlafen. Auf das Ding da schlafen. Auf dem Ding. Entschuldigung. Warum? Ja, weil er dann hier drauf ist und wir das dann da hochheben können. Wie soll der denn schlafen, wenn es stimmt? Warte, erst mal, was willst du hochheben? Na, das Ding ist doch gerade hochgekommen. Warum willst du das hochheben? Ach, du Müll. Wenn er hier drauf schläft, ja, dann können wir das hier hochkatapultieren und der wird hier drauf... Dann muss ich das erstmal wieder runter machen. Sag ich, was du meinst. Ja, aber er schläft doch die ganze Zeit nicht. Weil auch die Kokosnüsse da die ganze Zeit hineinwachsen. Hallo. Hallo. So kann ich jetzt hier nicht weglaufen. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Wahrscheinlich mit deinem Rucksack. Das ist Lola. Lola, natürlich. Ich hänge fest. Das ist ja scheiße. Ah, jetzt. Ja, ich weiß, dass der... Ich bin einfach nur mal runter und lock den einfach da hoch. Guck mal, er muss hier hin. Oh, was ist denn das hier? Ja, das musst du... Ach, da kann er mich schon durch. Ja, wir müssen genau. Das habe ich gar nicht gesehen, ne? Ich glaube, er muss hier durch. Und dann... Dann sieht er da keine Kokosnüsse mehr. Auf der Seite hier. Genau. Aber ich erschreck mich doch dann wieder, wenn er auf einmal ankommt. Schnaps und ihr Baby. Jetzt rennt er da hin. Und die andere Seite. Nein, nein, nein. Ah! Wie lange ist denn das schon? Weiß ich nicht. Na, geh weg. So. Oh Gott, jetzt muss ich ja hier. Ich warte, bis er mich hochhebt. Ich werde das süß. Oh, ich bin schon wieder riesig. Oh. Weh, der liegt sich jetzt nicht hin und schläft. Lass ihn gucken, wir ihn ja noch mal an, was er so macht. Na, ich glaube immer, wenn dieser Platz da ist. Flims. Flims. Ach ja, ich muss ja. Ich kann doch hier later hochgehen. Aha, ah, da ist mir egal. Ich mach das ganz modern mit Treppen. Weiß da. Zieh, Baby, zieh. Zieh durch. Huch. Oh, wir sind so schlau, oder? Ich bin so schlau. Du hast ja gar nichts dazu weit getragen. Du bist ein Spankiner. Du bist ein Spankiner. Ja. Yeah. Oh, ist der süß. Oh, guck mal, Mami. Oh, ist der süß. So, jetzt geht er runter, bitte. Wundervoll. Wo ihm den geht? Schieb ich, Mann. Typisch, Mann. Von deinem Schwänzchen. Checkpunkt gespeichert. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, denn wir füllen wir schon über lange. Ja. Wir wollen euch eigentlich nerven. Nein. Doch, eigentlich schon. Hm. Videofrage? Wie findet ihr da den Stizio? Diesmal gar nicht, oder? Schick, ne? Ich weiß auch nicht, wo er genau wen gehört. Aber der wird eigentlich, eigentlich hier hin. Aber der ist hier hin. Wie bei der eine Strähne dem Video. Game Attack. Wo ich so beginne. Hm? Ja. Jetzt habe ich auch irgendwo eine Strähne. Also, ähm. Gebt meine Strähne nicht mehr weg. Scheiße. Ähm. Scheiße. Ihr könnt uns ja mal ein paar Fragen stellen, die wir dann in den Videos klären. Also, fragt irgendwas und wir erzählen euch da ein bisschen was. Ist egal, was. Naja, kommt drauf an. Naja, nicht so ganz egal. Ja, aber. Ne? Und so. Und dann, ähm, wollte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Haut rein. Hihi. Bis zum Jahr. Ciao. Ciao.